hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play together wir spielen tiger knight und am start ist unser matsumaro rock'n'roll der sergeant hallo ok und kratos das kam gut also wenn du die aufnahme macht das hört sich an als weiß ich nicht wirst du zehn jahre alt oder stock im arsch und so hallo und willkommen zu einem weiteren ich glaube immer noch das tue ich glaube jedes mal ich wünsche mir zwei kasten öttinger ich glaube immer noch an dich felix 32 noch nicht mein jungen okay drei jahre kassel warten naja dann ist er erst 30 ja ja 30 alter mann du scheiß das ist krass hatte ich hatte deine pferde ich auch ich fand die vorigen besser dann wechsel doch muss ich die mehr kaufen und auch so lange auf die nachsohn ja ne das stecken und die macht mir nur quatsch als er will den armen hatte dann vergessen verdammte scheiße da ist man so alles gut bei dir noch ich bin hinter mir er ist auch er aber so war und dass man kommt das ist ein komischer klumpen kalt hoffs ja 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 und so wird für schwere Einheiten zwischen ja zumindest mein Schwert Oh nein, Bobo schon wieder! Was, Bobo? Ja, Bobo wieder. Endlich kann man eine Einheit nicht durch. Oh, Mann ist das ein Deggy Boy, Alter. Alter, kipp um du Gauls! Wie normal! Vorsicht, Bobo kommt wieder von der Seite, ne? Ja, Bobo und... Anger ist Bobo. Ada, Bobo und DC, alles klar. Der die Feuer hingerichtet hat. Ja, alles gut. Wie viel halten diese Drecksfücher aus? Ja, Pferde, Felix, Pferde. Oh, ich hab vergessen, Pferde. Äh, wir sollten uns zurückziehen, die umgaren uns hier gerade komplett. Ja. So. Am besten, komm. Alter, lass mich durch! Lass mich durch! Lass mich durch! Ahhh. Ayeein Gott, na jetzt! So irgendwie wurden wir... Scheiß Einheit gewinigt den asch! Äh ... ...pturecher die Probleme zurückgedrängt. gedrängt das ist manchmal weiß ich weiß auch nicht was unser kollege da oben macht ich weiß nicht was da für eine einheit ist und unsere anderen hoppen in unserer base wir haben nur kreative namen gefunden für das spiel also muss man ja sagen ja gut das was wirklich lassen wort oder kein wort das ist die frage jetzt geht er da oben hin oder jetzt ist vorbei das am besten verteidigen das alles andere ist quark okay aber auch ich nicht in die kritze du wehrt alleine rein rennt der selber schuld freunde bogen schützen war die du digit da kommt was genau besser gehen wir vor beschaffen ich glaube okay der bord ist ein bisschen lieber mal gucken vorwärts in unser bogenschütze schon vorläuft ist das geil der wird das die doch eh nein ja ich sag dazu nix ich weiß auch nicht ob das der bot ist ist es ja ne der läuft komisch das muss ein spieler sein unser bot ist glaube ich schon tot da waren da zwei bots das sind zwei spieler dazwischen es noch mal kann man aufhören jemand wird immer durch die flinte zu rennen das ist ja er ist auch ein bot das ist ein bisschen bot sein wo ist ja genau das sind ganz schön viele Bist du den irgendwie abgelehnt? Ich komm hier mit. Ja, wo sein? Naja. Aber lebt Bobo wohl. Alter! Diese Einheiten, ey. Ja, pass auf Gerhard, ne? Ich weiß nicht wo du gerade bist, ach da. Okay, wir müssen uns zurückziehen, die... Also ich hab noch 27. Ja, ich... Hab zwar 20, war aber grad fast tot. Ach geht's, also... Gut. Ja, ist klar. Hm, wo bist du? Was los? Ach, da leckt der eine. Ich hab den nicht mal schwingen sehen. Oh, einer da? Ja. Oh, ich hab leider gar keine Ahnung. Pass auf, hinter euch da ist einer, ne? Ach so, wir haben Kratos, siehst du. Scheiß Pferd, bekrochen. Bobo kommt wieder. Bobo fasst da. Ah, das bist du zurück, oder? Ja. Ich hab gar keine mehr. Ja. Ich hab auch noch Fußsoldaten. Oh, ich bin weg, genau. Wollen wir mal ein bisschen pingen? Ich hoffe, ihr kriegt's mit. Na, Rafterwatt? Äh, nein. Ah. Na ja. Er wird schon merken, wenn er alleine ist. Ja, ist tot. Basher ist down. Tatsächlich. Intelligenzbestie. Ah, deswegen hier jetzt auch stehen bleiben am besten. Weil alles andere ist Quark. X ist Stellung. Alter, dreht doch hier oben. Ja, geht doch. Ah. Wir haben alle nicht mehr so viel live, ne? Boah, Bobo hat ganz wenig, Alter. Aber, pass auf. Lasst euch nicht verleiten. Das geht sonst in die Hose. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ah, wir könnten noch gewinnen. Ah, lange nicht zum Schienen. Ja, wir müssen jetzt noch nur einen erwischen, die halt tot sind. Ah, jetzt sind die zu retten, das ist es halt. Ich weiß nicht, kriegst du da irgendwie einen umgerannt oder so? Einer ist down. Ja? Nice. Okay, komm, komm. Ich suchte dir so einen Freund zu retten, ne? Sehr schön. Nice. Und, ja, beide down. Gut. Das bringt uns schon mal einen unreden Vorsprung. Naja. Das hilft definitiv, ey. Ich höll mich kurz. Du kannst ja gucken, was da vorne los ist, Matze. Ja. Das werden wir gleich sehen. Oh, scheinlich, ey. Ach, was lebt denn eigentlich noch? Ach so. Zwei Stück. Zwei. 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 Ich bin aber eigentlich zu heilen, pass auf dich auf. Ich kann mich halt schlecht hinter meinen Einheiten verstecken, das geht nicht. Das ist richtig. Friedrichs, wo bist du? Na klar, musst du zurück mich heilen. Weil das Problem ist, wenn ihr jetzt ganze Zeit gegen die Soldaten zergt, die kriegen immer wieder neue erstmal. Ja, eben. Komm zurück, wenn du kommst. Ja. Du bist verfolgt. Oder? Nee, er dreht ab. Er dreht ab. Ja, können wir ja ganz zurück, ich glaub wir sind da, ne? Ja. Sieht drauf. Ich hoffe sie kommen her, ja, und dann müssen wir die irgendwie wegflashen, ne? Das ist so nix für so ne lang, elendige lange Folge. Ja. Ach man. Ich meine, macht ja Spaß, wenn das so lange dauert, aber, ne? Ist jetzt echt nur so ein Scheiß hin und her, das macht mir Spaß. Na, ich bin eher froh, was wir keine Pferde haben, denn das ist mir egal. Das kommt dazu, ja. Oh, hier war ein bisschen was los, ganzen toten Leichen. So, wie viele kann ich denn noch holen? Traders, pass auf, du kriegst gleich Besuch da. Ne? Sprech, wir können sie einmal kurz heilen und einmal aufrissen. Heilen, ganz wichtig. Jupp, jetzt hast du Trink nötig. Ja. Ja, für sich die Heiltaste grad doppelt gedrückt worden, cool. Ja, passt immer auch. Das ist dumm. Einfach. Ja, lass lieber hier drin stehen. Ja, nein, kriegst du nicht. Ey, ihr sollt hier drin stehen bleiben, was ist los mit euch? Hast du deine Soldaten nicht im Griff? Anscheinend nicht. So, aber irgendwie, ich geh mal kurz spoten. Hm. Ich glaub nicht, dass sie angreifen werden. Eine Armee steht da und kommt. Aber, ohnehin. Ah, alles klar. Oh, Lauf! Ja, das ist halt mit der Sichtweite ja echt so ein bisschen, alles ein bisschen komisch gemacht. Ja, ab und zu spawnen sie vor dir. Ja, eben. Ja, die sind echt heftig. Ja, das sind extrem schwere Einheiten, also. Die kann man nicht so umschubsen. Aber ich hab die extra rein stürmen lassen. Ja, der ja auch. Aber es hat mir meine umgefallen. Ja, deine sind es leicht, Felix, weißt du? Was ist das jetzt? Da kommt er jetzt von rechts. Ja, ja, ja. Da kommt er jetzt von rechts. Mhm. ah so die beiden, nade ein das hier außen ich heile mich gerade jetzt aber ja das heißt jetzt aber, das ist echt schwierig, echt ich weiß auch nicht, die scheiß Eliteeinheiten oder so, keine ahnung, die sind echt stark ich versuche mal reinschaben zu lassen, aber irgendwie kommen die keinen Meter vorwärts meine ja genau ich habe ihn sehr schön mach du, mach du, mach, gehen, gehen los also andere das ist, ich glaube, selbst hingerichtet Gott sei Dank jawoll, wenigstens Sieg oh, das geht doch hey, we are... lange Runde, schöne Runde alles klar wir sagen jetzt tschüss, bis zur nächsten Folge bye, bye tschüss bye, bye, tschüss bye, 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 tschüss Vielen Dank.